Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der euch beim Hören Geld bringt. Ich spare mir jetzt dieses Mal den blöden Witz zum Intro. Wie geht's dir heute? Wir haben uns heute tatsächlich noch gar nicht viel unterhalten. Ich lebe. Mir geht's gut. Du lebst? Schön. Sehr schön. Wie geht's dir? Ebenso. Ich lebe auch und das ist wundervoll. Alright. Wir haben euch heute ein bisschen eine unterhaltsame Folge hoffentlich mitgebracht, aber auch eine lehrreiche. Kennt ihr das aus der Schulzeit? In der Schulzeit, da hat man doch Dinge, von denen man denkt, dass sie später eine viel, viel größere Bedeutung hatten. Bei mir war es zum Beispiel der Satz des Pythagoras, von dem ich dachte, dass der später in meinem Erwachsenenleben echt mehr Bedeutung hat, als er hat. Gibt's bei dir da irgendwas? Aus der Schulzeit. Aus der Schulzeit. Ja, Nitroglycerin. Nitroglycerin. Ah, auch spannend. Genau. Ich hätte schwören können, das wird relevanter. Ja, so geht's mir mit dem Satz des Pythagoras. Ich hätte wetten können, dass man den ständig braucht als Erwachsener. Hat sich rausgestellt, ist nicht so. Und mich würde heute mal interessieren, ob es zu deinen Closer-Anfängen auch solche Dinge gab, von denen du dachtest, dass die später in deiner beruflichen Tätigkeit viel relevanter werden, als sie es jetzt tatsächlich sind. Lass uns da mal durch drei bis fünf Punkte durchgehen. Fällt dir da was ein dazu? Ja, ja, 50 Sachen, 100 Sachen, eigentlich noch mehr. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also in der Kurzfassung, Dinge, von denen du dachtest, bevor du Closer warst, dass sie relevanter werden, als sie es später tatsächlich sind. Ja. Magst du da vorab noch was sagen oder sollen wir gleich mit dem ersten Punkt starten? Nee, starten wir gleich direkt mit dem ersten Punkt, würde ich sagen. Okay, wovon dachtest du, dass es relevanter werden würde, wenn du später als Closer tätig bist, als es jetzt tatsächlich der Fall ist? Punkt Nummer eins. Äh, der Preis. Also ich dachte, es ist super relevant, für wie viel Euro ich ein Produkt verkaufe. In Bezug darauf, wie schwer es ist, dieses Produkt zu verkaufen. Ich dachte also, jo, wenn wir eine Preiserhöhung machen oder wenn wir für das Produkt statt 100 Euro 1000 Euro verlangen, dann ist es viel schwerer zu verkaufen. Ja, Plottwist, das stimmt nicht. Das macht buchstäblich überhaupt gar keinen Unterschied. Es macht wirklich gar keinen Unterschied. Kannst du erklären, warum? Ja, also. Oder wie du es meinst? Ja, also schau, wir haben ja ganz am Anfang, als ich angefangen habe, vor sieben Jahren oder so, da hat unser Produkt damals, glaube ich, 20 Euro im Monat gekostet. Das ist schon ewig her. Und es war voll anstrengend, das zu verkaufen, weil die Leute haben halt immer gefragt, ja, okay, aber was ist, wenn es nicht klappt? Und habt ihr denn schon Referenz-Erfahrungen? Habt ihr schon Kunden? So, also die haben halt die ganze Zeit Verständnisfragen gestellt, haben Vorwände gebracht, Einwände gebracht und so weiter. Für 20 Euro im Monat. Und irgendwann haben wir halt festgestellt, naja, okay, fuck, piep, wir können damit, also wir können halt davon nicht leben. Weil, was, also ganz wichtig, was haben wir zu der Zeit verkauft? Na ja, eine Dienstleistung. Also quasi, wir haben gearbeitet für jemanden und haben halt 20 Euro im Monat dafür verlangt, weil wir uns halt dachten, na ja, wenn wir halt voll wenig Geld dafür verlangen, dann kaufen das voll viele. Es haben schon auch viele gekauft, aber selbst wenn es 100 Leute kaufen, dann hast du halt 2000 Euro Umsatz im Monat. So, für, keine Ahnung, zwei Leute ist das halt nicht besonders viel oder für drei. Ja, okay, dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, das ist ja irgendwie voll scheiße, wir verlangen jetzt einfach 1000 Euro einmalig. So, plötzlich haben wir es immer noch 100 Mal verkauft, für den gleichen Aufwand. Haben aber halt, ja, boah, das sind jetzt schätzungsweise, okay, es kann auch sein, dass es 120 Mal war und kann auch sein, dass es 80 Mal war. Aber sagen wir mal, 100 Mal 1000 ist, ne, 100.000? Nein, 10.000. 10.000? Ne. 100 Mal 1000? Nein, 10 Mal 1000 ist 10.000, 100 Mal 1000 ist 100.000. Ja, das kommt ungefähr hin, das war das, was ich so im ersten Jahr geclosed habe, ungefähr. Das heißt, ich habe einfach, um 100 Leute zu closen für ein 1000 Euro Produkt, das hat roundabout ein Jahr gedauert, ungefähr, Pi mal Daumen, musst du ja 100 Leute closen, hab 100.000 Euro Umsatz gemacht, Netto-Umsatz. Bei einer Dienstleistung ist das nahezu auch 100% Gewinn, weil du außer deiner eigenen Arbeitskraft ja quasi nichts brauchst in unserem Fall. Und ich behaupte mal, dass wir so im ersten halben Jahr, wo wir es für ein 20 verkauft haben, oder ich glaube, wir haben es vier Monate gemacht oder so, haben wir auch nur 100 Leute gefunden, die das gekauft haben. Und das war voll krass, weil die Beratungsgespräche für dieses 1000 Euro Produkt, das literally exakt identisch genau das gleiche war, wie das erste Produkt, da haben wir, also ich habe, die Gespräche waren exakt identisch. Ja, okay, aber was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn, habe ich eine Garantie? Die ganzen Einwände waren genau die gleichen, wie für das 20 Euro Produkt. Krass. So, und der einzige Grund, warum wir es damals teurer gemacht haben, ist, weil die Frau von der Gründerberatung bei der IHK gesagt hat, ja, Leute, das macht betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, dass ihr das für 20 Euro im Monat anbietet, das weiß ich noch. Dann habe ich gesagt, ja, was wäre denn ein akzeptabler Preis? Die meinte so, ja, irgendwie 2.000, 3.000 Euro oder so. Und ich habe gesagt, das ist so wahnsinnig, das kauft ja keiner, dann lass uns ein Taui machen. So, und die Gespräche waren genau die gleichen. So, heute verkaufen wir ein 5.000 Euro Produkt. Wir verkaufen auch Produkte, die im mittleren fünfstelligen Bereich sind. Also nicht wir, sondern halt Partnerfirmen, mit denen ich arbeite. Also keine Sorge, ja, wir verkaufen keine Closer-Ausbildung für 50.000 Euro. Ich verkaufe aber sehr wohl B2B-Beratungen, die auch zum Beispiel sechsstellig im Jahr kosten. Ja, also in der höchsten Form der Zusammenarbeit mit mir. Das kostet so roundabout eine Viertelmillion Euro im Jahr. Der Witz ist aber, dieses Produkt zu verkaufen, das eine Viertelmillion Euro im Jahr bringt, ist genauso aufwendig, wie das Produkt zu verkaufen, das einmalig 5.000 Euro kostet oder einmalig 1.000 Euro. Die Preisfrage ist jetzt, warum ist das so? Ja, ich hätte mal angenommen, weil der Gegenwert ja auch steigt, oder? Ich meine, wenn ich 20 Euro im Monat als Budget zur Verfügung habe, um eine Dienstleistung zu erbringen, dann kann ich damit nicht so viel anstellen, wie wenn ich 1.000 oder 2.000 Euro zur Verfügung habe pro Monat. Okay, aber sagen wir mal, der Gegenwert bleibt der gleiche zwischen dem 20-Euro-Produkt und dem 1.000-Euro-Produkt. Das ist exakt die gleiche Dienstleistung gewesen. Naja, das Commitment muss jemand ja trotzdem abgeben, sich selber gegenüber. Also lange Rede, kurzer Sinn, er muss ja trotzdem denselben Prozess durchlaufen. Das ist mehr Geld, das man auf den Tisch legen muss. Das heißt, es kann mal vielleicht bei jemandem daran scheitern, dass er das Geld einfach nicht zur Verfügung hat. Jetzt hast du es gesagt. Aber im Endeffekt das Commitment, das man eingehen muss, dass man sagt, okay, ich buche eine Dienstleistung, da gehören ja irgendwie auch immer zwei dazu. Ich meine, der Dienstleister, der muss einen guten Job machen, der Kunde muss aber dann mit der Dienstleistung ja auch was anfangen können. Und die, also beispielsweise eine Closer-Ausbildung. Ich muss ja trotzdem, ob das jetzt 20 Euro oder 1.000 Euro kostet, ich muss ja die gleiche Zeit aufwenden, um das dann für mich gewinnbringend umzusetzen. Ja, aber das ist viel zu kompliziert, worauf du raus willst, glaube ich. Ich wollte eigentlich darauf raus, wenn du mit jemandem sprichst, dem die Sache 1.000 Euro wert ist, dann ist es genauso leicht, dem das für 1.000 Euro zu verkaufen, wie wenn du mit jemandem sprichst, dem die Sache halt 20 Euro wert ist. Ja, ist richtig. So, und darum geht es. Wenn jemand bereit ist, eine Viertelmillion Euro im Jahr für eine Beratung von mir zu bezahlen, dann ist ihm das das halt einfach wert. Es gibt aber noch viel, viel mehr Leute, denen ist es das einfach nicht wert. Mit denen spreche ich aber halt nicht. Also willst du mal im Endeffekt darauf raus, es gibt immer Leute, denen ist es das wert und es gibt Leute, denen ist es das nicht wert oder die können es sich nicht leisten. Genau. Und du musst halt einfach mit den richtigen Leuten sprechen, dann findest du immer wen. Aber die Einwände sind immer die gleichen. Das heißt, alles, was man machen sollte, ist, und da hat man als Closer auch sehr, sehr guten Einfluss drauf, ist einfach vorzuqualifizieren, mit wem lohnt es sich, eine ausführliche Beratung zu machen, weil der unter anderem das Geld hat, weil er bereit ist, das zu investieren, weil er in die Zielgruppe passt, weil wir der Person mit unserem Produkt helfen können und so weiter. Und das war der erste riesen Game-Changer im Sinne von, okay, das heißt, je besser situiert, in Anführungsstrichen, die Leute sind, im Sinne von, das sind halt, sorry jetzt, aber das sind halt keine arbeitslosen Assis, so, ich weiß, das ist jetzt sehr krass, was ich sage, sondern das sind halt Leute, die in ihrem Job sind, die wissen, hey, sie wollen sich weiterbilden, man muss auch in sich selber investieren, um vorwärts zu kommen, bla, wenn du mit so jemandem sprichst, versus jemand, der seit 20 Jahren arbeitslos ist, keinen Bock hat zu arbeiten, ja, wer wird wohl eher bereit sein, sich weiterzubilden und Geld zu investieren? So, und das war, klingt jetzt im Nachhinein voll simpel, ich weiß aber, dass ganz viele da draußen immer noch strugglen, weil die mit unqualifizierten Leads Beratungstermine machen und die einfach nicht geclosed bekommen oder sie geclosed bekommen und die Leute zahlen dann nicht. So, und das war das erste Ding, wo ich mir dachte, okay, der Preis, für den ich verkaufe, ist eigentlich völlig wurscht, solange mir die richtige Person gegenüber sitzt. Guter Punkt. Ja, das war das erste Ding. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich wollte auf diesen super stumpfen, naja, wenn du jetzt, keine Ahnung, mit jemandem sprichst, der 5 Millionen Euro auf dem Konto hat, für den ist es kein Problem, 20.000 Euro für ein Datingcoaching zu droppen. Wenn du mit jemandem sprichst, der 20.000 Euro hat, ist es sehr wohl ein Problem, 20.000 Euro zu droppen, weil das 100 Prozent von seinem Kapital ist. Ja, ich habe gerade an die Flugsituation nochmal denken müssen, so Wurzela. Wie meinst du? Ich habe mir mein Mikro abgehauen. Naja, ich dachte erst, du sagst, wenn jetzt jemand 2 Millionen Euro im Jahr verdient oder sowas, für den ist es kein Problem, mal 10.000 Euro für einen Flug auszugeben. Ja, stimmt. Und einfach Privatjet zu fliegen zum Beispiel. Wenn jetzt jemand aber 50.000 Euro im Jahr verdient, für den ist es sehr wohl ein Problem, mal ein Fünftel davon für einen Flug auszugeben. Genau. Also es ist alles eine Frage der richtigen Zielgruppe. So, und das war das Ding, wo ich dachte, okay, Preise sind wichtiger, aber eigentlich sind Preise völlig egal. Das war das erste riesengroße Learning. Ja, finde ich stark, dass du einen Punkt mitgebracht hast. Ja, jetzt ganz wichtig, das will ich auch noch dazu sagen, weil ich weiß, uns schauen natürlich nicht nur Leute zu, die uns super finden, sondern irgendwie gucken uns auch so Voyeure zu, die halt irgendwie das hier anschauen und dann irgendwie immer ganz schlaue Sprüche in die Kommentare schreiben. So, weil man könnte ja jetzt sagen, ja okay, Konstantin, aber wenn der Preis egal ist, wieso verkaufst du denn nicht dein Hochpreiskloser-Coaching für 100.000 Euro? Ganz ehrlich, aus moralischen Gründen, weil ich will, dass sich das jeder, der Gas gibt, leisten kann. Und mit Gas geben meine ich jeder, der einem Job nachgeht oder der sich ein bisschen was gespart hat oder so. Plus wir arbeiten ja eh zum großen Teil einfach nur kostendeckend. Also es hat moralische Gründe, weil ich mache das hier nicht für irgendjemanden, der schon reich ist oder der schon über 10.000 Euro im Monat verdient, sondern wir machen das hier für Leute, die einfach in einem normalen Job sind, die im 9-to-5 gefangen sind und die sich weiterentwickeln wollen, die da raus wollen. Wenn ich da mit 100.000 Euro um die Ecke komme, kriege ich das verkauft? Ja, bestimmt. Ein, zwei, drei Leute haben bestimmt geerbt. Ja, aber das ist nicht die Mission. Also das will ich nur kurz klarstellen. Das hat natürlich auch einen Grenznutzen. Ich weiß aber, selbst wenn wir jetzt 100.000 Euro für das Hochpreisklauselcoaching verlangen würden, ey, ganz ehrlich, wenn ich da drei, vier Leute im Monat finde, machen wir genauso viel Umsatz wie jetzt. Und die finde ich locker. Also problemlos. Hab viel weniger Arbeit, viel weniger Aufwand. Ja, ist richtig. Ja, aber wie gesagt, das hat einen moralischen Aspekt. Das ist der Grund. Das meine ich ernst. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Alright. So. Was gab es noch, wovon du am Anfang dachtest, dass es viel wichtiger war? Ich dachte, dass es viel wichtiger ist, dass die Leute mich für seriös halten, als es tatsächlich war. Rezisiere. Seriosität ist ja ein sehr subjektiver Begriff. Also ich weiß nicht, was, wenn ich jetzt sage, Lea, wie sieht ein seriöser Mensch für dich aus? Wie äußert sich ein seriöser Mensch deiner Meinung nach? Ich bin ein bisschen allergisch gegen das Wort, weil das meiner Meinung nach immer Leute benutzen, die das nicht einordnen können. Genau. Das ist so ein Stempel, den man jemandem gibt. Ich würde es gerne mit Authentizität, also ich würde das Wort gerne in Authentizität ändern. Weil für mich bedeutet, also ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Das heißt, die mir nicht irgendwas erzählen, nur weil sie glauben, dass sie das jetzt sagen müssten, sondern die die Dinge beim Namen nennen, die immer sagen können, hey Lea, ich finde dich gut oder hey Lea, ich finde dich scheiße, weil und die dann irgendwie auch ein bisschen lösungsorientiert sind und das heißt für mich authentisch zu sein und nichts anderes ist für mich persönlich Seriosität. Ich weiß aber, dass das von vielen irgendwie ein bisschen anders gesehen wird. Die wollen dann immer irgendwelche Zertifikate und bla, was man sich im Endeffekt alles irgendwo kaufen kann oder fälschen kann oder das ist so eine Papierwelt irgendwie. Mir sind die Menschen dahinter wichtiger. Geht das in eine ähnliche Richtung? Es ist 100 Prozent der Denkfehler, den ich hatte am Anfang. Der erste Teil, den du gesagt hast, so im Sinne von, ich würde es nicht Seriosität, sondern Authentizität nennen. So, das Problem war nämlich folgendes. Ich bin am Anfang ans Closing rangegangen und mit meiner Definition von Seriosität. Und Seriosität war eben nicht zu sagen, was man denkt, unverblümt sein Herz auf der Zunge zu tragen, sondern, ja, also ich kann das schon verstehen. So, das war für mich Seriosität. Darf ich dir dazu eine kleine Anekdote erzählen? Es gibt ein oder gab von, ganz von den Anfängen noch ein Video von dir, da hattest du so ein braunes Jackett an. Und da hat mich meine beste Freundin mal gefragt, Lea, wieso trägt denn der immer dieses Jackett? Der trägt doch sonst gar kein Jackett. Ja, genau. Ja, das ist ein perfektes Beispiel. Wo ich nicht wirklich wusste, wie ich das jetzt erklären soll, weil die ehrliche Antwort wäre gewesen, naja, weil wir glauben, dass das so sein muss, dass man uns ernst nimmt. Aber mir war in dem Moment irgendwie klar, dass es Blödsinn ist. Und ich glaube, dir eigentlich auch. Aber wir haben keinen besseren Weg. Ja, ich dachte halt, naja, seriös. Ja, seriöse Leute tragen ein Jackett. Also trage ich ein Jackett. So, und ich weiß noch, das war ein Kortschakett, das du meinst. Ja, ja, genau. So, ich wusste nicht mal welches. Ich hatte halt ein Kortschakett. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Jackett zu mir gefunden hat. Also ein dunkelbraunes Kortschakett. Das hast du mal wirklich geschenkt bekommen. Haben noch gefehlt. So, und das hatte ich an, weil ich dachte, dann sehe ich seriös aus und Leute kaufen von seriösen Leuten. Ich habe buchstäblich zu der Zeit nichts verkauft. Gar nichts. Aber über Monate hinweg gefühlt keinen einzigen Sale gemacht, weil ich aussah wie ein Clown. Also so, als hätte ich so eine Verkleidung an. Ich hätte auch auf den Kölner Karneval gehen können. Die Leute hätten gesagt, ah, was bist du, gescheiterter Comedian? Ja, sieht super aus. Sehr authentisch. Und das ist das Stichwort. Die Leute wollen nicht Seriosität, sondern die Leute wollen Authentizität. Das ist wichtig. Deswegen kann ich mich auch bei 30 Grad im Sommer mit einer kurzen Hose und hier Latschen her sitzen, weil das für mich authentisch ist. Ich weiß, dass das sehr viele Leute abschreckt. Ich würde pauschal wahrscheinlich auch niemandem jetzt 100.000 Euro geben, der mit solchen Latschen da sitzt. Aber ich war jetzt offengestanden einfach zu faul, mir andere Schuhe gerade anzuziehen und ich weiß, ich muss nichts mehr beweisen. Gleichzeitig kann ich mein Herz auf der Zunge tragen, weil ich weiß, je direkter, je ehrlicher, je authentischer ich mit Kundinnen und Kunden umgehe, desto höher sind die Erfolgserlebnisse, die die Leute haben, weil ich ihnen keine Scheiße erzähle, sondern ihnen genau das erzähle, was sie weiterbringen. Genauso wie Lea das macht. Also ich habe sehr lange Seriosität mit meiner Definition von Seriosität verwechselt mit Authentizität. Ohne Scheiß, ab dem Moment, und das konntest du wirklich im Tracking-Sheet sehen, also Tracking-Sheet im Sinne von, wo alles drin steht, wie viele Beratungstermine, wie viele Sales, wie viel Umsatz und so weiter. Von dem Tag an, wo ich mir selber die Erlaubnis gegeben habe, einfach ich selber sein zu dürfen, mit allen Stärken, Schwächen, Ecken, Kanten, die ich habe. Ab dem Moment bin ich auf eine 70, 80-prozentige Closing-Rate hochgeschossen, aber wirklich mit, also über Nacht, weil die Leute gemerkt haben, okay, der erzählt mir keinen Quatsch, der lügt mich nicht an, sondern der sagt mir die Dinge, wie sie sind, und dem vertraue ich, mit dem will ich arbeiten. Und das mache ich noch bis heute so. Und deswegen nehme ich mir das jetzt auch heute mal raus, einfach orangene Latschen anzuziehen. Einfach nur, weil ich Bock drauf hatte. Oben, Business, unten, Party. Yes. Ja, stark finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den du ansprichst. Abschließend zu dem Punkt, das ist deswegen so wichtig, weil ich weiß, dass ganz viele Closer, die neu starten, den gleichen Denkfehler unterlegen, wie ich. Ich weiß das deswegen, weil ich mit super vielen Closern arbeite, die neu anfangen und die dann eben ihre eigene Realität, wie sie denken, dass man seriös aussieht oder sich seriös benimmt, in die Welt transportieren und nichts geclosed bekommen. Bis zu dem Moment, wo sie sich selber die Erlaubnis geben, einfach sie selbst sein zu dürfen und plötzlich einfach nicht nur Kunden, sondern Fans gewinnen. Und das ist geil. Glaubst du, dass das auch einfach ein Entwicklungsprozess ist, der dazugehört? Oder gibt es auch Leute, die den hohierenden Teil, sage ich jetzt mal, überspringen? Nee, gibt es meiner Meinung nach nicht, weil du kannst diese Erkenntnis nur dann vollständig umsetzen, wenn du dich selber 100% kennst. Die wenigsten Leute, und nehmt mir das jetzt bitte nicht übel, aber ihr kennt euch wahrscheinlich nicht besonders gut. Ich will damit auch Folgendes raus, du kannst dich selber nur kennenlernen in Extremsituationen. Deswegen trennen sich ja so viele Paare, nachdem sie zum ersten Mal gemeinsam im Urlaub waren, weil man sich erst im Urlaub richtig kennenlernt, weil da gibt es dann, da hört man dann, wie jemand auf Toilette ist oder da hört man, keine Ahnung, da passieren so viele Sachen, die du halt, wenn du dich jetzt nur drei, vier Mal in der Woche triffst, sehr, sehr gut dribbeln kannst, aber wenn du dann plötzlich mal ein, zwei Wochen aufeinander sitzt, geht das nicht mehr. Und mit Business oder mit Erfolg ist es genau das Gleiche. Du lernst dich nur in einer Phase kennen, wo du verhältnismäßig sauviel Geld verdienst, wo du dann vielleicht übermütig wirst oder Hybris oder was auch immer bekommst oder in einer Phase krasser Existenzangst. Da lernst du wirklich kennen, aus was für einem Holz du geschnitzt bist. Bei der ganzen Sache in der Mitte, so ja, tröpfelst so ein bisschen dahin in deinem 9-to-5-Job, da lernst du dich doch nicht kennen. Da weißt du, du bist ein guter Systemling. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, jetzt klingst du schon wie ein Schwurbler. Aber da lernst du nichts. Da bist du halt ein Rädchen im System, das funktioniert. Ja, okay, wow. So, aber wo bleibst du bei der Sache? Du kannst dich nur in Extremsituationen kennenlernen. Guter Punkt. Genau, das ist das zweite riesengroße Learning. Fällt dir ein dritter Punkt ein? Ja, alle außer mir sind scheiße. Präzisiere. Sehr gerne. Und danke für dieses Antikompliment. Nein, Quatsch. Nein, also ich meine das jetzt in einem Business-Kontext. Ich habe früher immer, weil, das ist so witzig, weil ich, ich will mich nicht rechtfertigen. Ich weiß halt nur, dass, wenn ich das jetzt laut ausspreche, dass es auch Leute gibt, die das anders sehen oder mich anders einschätzen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich sage es jetzt aber tatsächlich, wie ich das sehe und wie es in meiner Realität ist. Ich bin 100% ehrlich und ich beschönige Dinge nicht, sondern ich nehme sie, wie sie sind. das ist jetzt mal der Punkt, auf den ich raus will. Konkretes Beispiel. Sagen wir mal, ich close 10 Leute und 7 davon bezahlen und 3 davon bezahlen nicht. Dann würde ich sagen, ich habe 7 neue Kunden gewonnen, obwohl ich 10 rechtsgültige Kaufverträge habe. Weil ich mir denke, naja, wenn die 3 nicht bezahlen, kommt das Geld nicht an, also bringt es mir ja nichts, gilt nicht. Es gibt aber Leute, die von 10 Beratungsterminen 3 nicht closen oder 3 closen, wo die Leute aber nicht zahlen, wo sie das Geld niemals sehen. Das ist immer dieses berühmte Narnia-Geld, von dem ich spreche. Und die aber nicht sagen, dass sie 7 Kunden geclosed haben, sondern 10. Ja. Also quasi, ja, fast die Hälfte mehr als ich. Jetzt fast, okay. Und dann dachte ich mir früher immer, ich habe, wenn zu mir dann jemand gesagt hat, ja, er hat irgendwie jetzt diesen Monat 50 Neukunden gemacht und ich habe halt nur 30 gemacht. So, dann ist bei mir abgezogen, alle Stornos, alle Leute, die nicht bezahlen, bla, so komplett bereinigter Umsatz, das, was wirklich dann am Ende auf meinem Konto landet. so, weil das ist ja das Einzige, was zählt für mich, weil mit irgendwie hypothetischen Closes und Forderungen kann ich mir ja nichts kaufen, sondern nur mit Geld, das literally auf meinem Konto ankommt. Also, habe ich sehr lange gedacht, dass ich schlechter bin, als mein Umfeld zur damaligen Zeit, weil die haben halt immer diese, die haben ja teilweise sogar noch Bruttozahlen kommuniziert, inklusive Mehrwertsteuer, die sie sowieso 19% noch abführen mussten. Also teilweise haben die doppelt so viel Umsatz kommuniziert wie ich und ich dachte mir, hey, das kann doch nicht sein, so was mache ich, falsch, so ich, ich mache das besser als die, erwiesenermaßen, ich mache das besser als die, erwiesenermaßen, so da gab es so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, die man halt nicht faken konnte. Und die waren aber immer so teilweise 50 bis 100% weiter als ich, mit dem Umsatz her, bis sich dann irgendwann mal rausgestellt hat, dass die halt komplette Vierlefanzscheiße kommunizieren und ihnen dann irgendwann das komplette Business um die Ohren geflogen ist. Also buchstäblich das komplette Business um die Ohren geflogen ist, im Sinne von, ich kann mir die Büromiete nicht mehr leisten, ich muss meinen, meinen Leasing-Auto zurückgeben, weil ich es nicht mehr bezahlen kann und die kurz davor sind, das zu pfänden und so weiter und so fort, wo ich mir dachte, hey, ich dachte, du hast jetzt zwei Jahre lang doppelt so viel Umsatz gemacht wie ich, so nach dem Motto, wie geht denn das jetzt? Ja, weil die Scheiße kommuniziert haben, weil die mit Geld geplant haben, das sie nicht hatten, weil die inklusive Umsatzsteuer gerechnet haben, also Brutto-Werte und so weiter und so fort, wo ich mir dann irgendwann dachte, ja Leute, ganz ehrlich, faktisch habt ihr nicht mal die Hälfte von mir gemacht, ihr habt halt einfach irgendeine Scheiße kommuniziert, die nicht stimmt, weil ihr es nicht wusstet, weil ihr euch profilieren wolltet, weil ihr angeben wolltet, was auch immer, aber am Ende, nach, keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahren stellt sich raus, es ist halt alles Quatsch und Fake gewesen. So, für mich war die Erkenntnis dann also, ich muss mich ausschließlich und nur und bedingungslos auf mich selber konzentrieren, weil alle anderen, natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, okay, aber ansonsten, alle anderen kommunizieren eigentlich nur Müll. Also so, der Punkt ist, was dachtest du, was damals wichtiger wird, als es jetzt tatsächlich ist, die Umsatzzahlen von anderen, oder? Ja, so, oder mich zu vergleichen und zu denken, ja, aber der, keine Ahnung, der Thomas macht so und so viel Umsatz und der macht so und so, ja. Also die Quintessenz ist so ein bisschen, du kannst denen eh nicht hinter die Brille gucken, also macht es keinen Sinn, da irgendwie rum zu interpretieren und sich selber seine... Und auch drauf zu schauen, who cares man, ja und, es bringt doch dir nichts zu wissen, wie viel Umsatz irgendwer anders macht, schau doch lieber auf dein eigenes Bankkonto. Wo? Ich warte jetzt immer noch auf den Punkt, wo du Angriffsfläche bietest. Ja, ich habe ihn noch nicht gefunden. dass ich sage so, ich muss mich nur auf mich selber konzentrieren und alle anderen interessieren mich nicht, weil, natürlich rede ich gerade über so Erfahrungen mit anderen quasi, also faktisch interessieren, natürlich interessieren mich auch die Umsatzzahlen von anderen Leuten, aber ich beziehe sie nicht in eine Entscheidungsfindung von mir selber ein. Natürlich gucke ich links und rechts, was machen die anderen, also das mache ich schon, aber es ist mir persönlich, selbst wenn jetzt jemand fünfmal mehr Umsatz machen würde als wir und das stimmt tatsächlich, es wäre mir halt einfach egal. Also es interessiert mich nicht, es ist mir wirklich wurscht. Ich finde es so, ah, spannend und das war es. Verstanden. Und früher war es so, was, Konkurrent macht so und so viel Umsatz, das ist voll scheiße, bla, bis ich dann rausgestellt, bei dem einen zum Beispiel, wo ich im Nachhinein erfahren habe, zu der Zeit, wo der das gleiche Business hatte wie wir, dass der immer, also der hat so wenig Umsatz gemacht, obwohl er ganz andere Zahlen kommuniziert hat, der hat ja sechsstellige Monatsumsätze kommuniziert nach außen, bis sich rausgestellt hat, das stimmt überhaupt nicht, der hat immer nur so 40, 50, 60.000 Euro Monatsumsatz gemacht und er musste von außen immer Geld in das Business reinpumpen, das er von seinen Eltern bekommen hat, weil sich seine Scheißbude nicht gelohnt hat. Oh. Hat sich aber da eine neue Rolex gekauft, da irgendwie einen AMG geholt, bla, bla, bla und ich dachte, bin ich jetzt ein Idiot oder was, das gibt es doch nicht. So, ich mache genauso viel Umsatz wie der und habe aber keine 2G-Klassen und zwei Rolex. So, was zur Hölle. Ja, bis sich dann jetzt ein paar Jahre später rausgestellt hat, der macht das Business übrigens nicht mehr, aber bis sich dann rausgestellt hat, naja, das war damals nur für ihn möglich, weil er über seine Eltern, die halt extrem viel Geld hatten, im Monat da 20, 25.000 Euro in das Business reingepumpt hat, nochmal von extern. So, und ich weiß noch damals, dass ich da oft mir gedacht habe, boah, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Ich bin, keine Ahnung, bei denen sieht es alles, also nicht nur jetzt bei dem, sondern auch bei vielen anderen, so, da sieht es alles so leicht aus und bei mir ist alles so schwer. Ja, im Nachhinein hat sich herausgestellt, ich habe alles richtig gemacht und alle anderen, die irgendwie Umsätze gefakt haben oder so getan haben, als ob und bla, die sind alle auf die Fresse geflogen und ich bin immer noch hier und mir geht es Bombe. So. Glaubst du, dass man das irgendwie überspringen kann, sich so zu vergleichen und durch diesen Pain irgendwie auch durchzugehen? Ne, ich glaube, ich glaube, dass du nichts von dem, was ich heute sage, überspringen kannst. Ich glaube aber, dass wenn du weißt, was dich erwartet, viel besser damit umgehen kannst und nicht so lange brauchst wie ich. Smarter Ansatz. Ja. Sollen wir noch eins machen? Ich überlege auch gerade, eins geht noch, oder? Ich würde auch sagen, dass wir noch eins machen. Was weißt du mittlerweile noch, was nicht so wichtig ist, wie du damals dachtest? Coaching bringt nichts. Wenn. Es gibt dazu eine Bedingung. Das sind ziemlich krasse Sachen. Ich bin geil, alle anderen sind scheiße. Coaching bringt nichts. Ja, ja, voll. Ich habe noch am Anfang gesagt, wir machen eine humorvolle Episode. Ja, ich finde es voll. Ich dachte, Coaching ist der heilige Gral. Ach so. Aber es bringt faktisch nichts. Ist lustig, weil du verkaufst ein Coaching. Und ich vermittle Vertriebler, die Coachings verkaufen sollen. Ja. Und sage jetzt, oh mein Gott. Coaching bringt nichts. Es ist eine große Lüge gewesen. Es ist alles für den Arsch. Ja, also spitzt mal die Ohren. Könnte noch spannend werden heute. Keine Sorge, wir kriegen die Kurve schon noch. Ja, nimm mich mit. Also ich kann mir vorstellen, was du meinst. Aber ich würde es gerne. Was meine ich denn? Ich kann mir vorstellen, dass du auf den Punkt raus willst, dass viele denken, dass ein Coaching so ein Problemlöser für alles ist und sie dabei nichts machen müssen, nichts an sich ändern müssen, nicht selber mitarbeiten müssen. Und so ist es faktisch nicht. Sondern man muss ja dennoch selber einfach sich entwickeln wollen. Man muss ja selber viele Voraussetzungen mitbringen und auch aktiv mitarbeiten, damit ein Coaching am Ende des Tages gewinnbringend ist für einen. Und wenn man das halt nicht tut, dann ist es schwierig. Plus man muss das richtige Coaching in der richtigen Situation kaufen. In die Richtung kann ich mir vorstellen, dass es geht. Aber führ das bitte nochmal aus, weil das war jetzt ein bisschen durchgerusht. Es geht ziemlich genau in die Richtung. Ich habe, als ich angefangen habe, im Coaching-Markt erst mal Kunde zu sein, ja, also mir ein Coaching zu kaufen, dachte ich mir ganz am Anfang, okay, krass, ich kaufe mir jetzt das Coaching und damit sind alle meine Probleme gelöst. Weil mir das natürlich auch so verkauft wurde. Würdest du sagen, dass das eine komplette Lüge ist? Was denn? Dass damit alle Probleme gelöst sind? Ja, ja, aber nochmal, ich habe mir das ja selber auch so eingeredet. Ja, aber würdest du sagen, dass es eine komplette Lüge ist? Weil so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Nee, nein, nee, aber ich dachte halt, okay, ich kaufe jetzt das Coaching, alle meine Probleme sind gelöst. Okay. Wie war es denn dann? Das ist genauso falsch, wie es wahr ist. Okay, ja, bin ich dabei. Das ist Schrödingers Coaching quasi. Und zwar meine ich das Ganze folgendermaßen. Ich habe in diesem ersten Coaching, das ich gekauft habe, alles bekommen, was ich gebraucht habe, um 100.000 Euro Monatsumsatz zu schaffen. So, also die ganzen technischen Aspekte, die Mindsets und so weiter, alles, das war mega geil. Hat auch geklappt. Das Problem war aber, was ich nicht bekommen habe, ist der Hinweis, hey, das, was du hier hast, ist nur ein Vehikel. Es ist nicht die einzige große Wahrheit, sondern es ist nur ein Vehikel, das dich von A nach B bringt. Es kann sein, dass das kommuniziert wurde und ich es nicht kapiert habe. Das kann auch sein, ja, das ist überhaupt kein böses Blut. Ich habe aber festgestellt, und das hat mich drei Jahre Entwicklung gekostet, dass ich drei Jahre lang mein Hirn nicht benutzt habe. Also bis 100.000 Euro Monatsumsatz gab es null Kreativität, null eigenen Stil, null, keine persönliche Note, gar nichts. Das war einfach nur Umsetzen. So. Und ich bin aber ums Verrecken nicht über 100.000 Euro Monatsumsatz rausgekommen. Bis ich festgestellt habe, naja, offengestanden liegt es halt mir, dass ich nicht mehr Umsatz mache als diese 100k im Monat. Was ja nicht schlecht ist, mein 100.000 Euro im Monat, du hast immer so 30% Gewinnmarge im Dienstleistungs- und Coachingsbereich, also es lohnt sich schon. Aber ich bin halt nicht weitergekommen. Bis ich kapiert habe, ja okay, weil ich habe dann, das war ja nicht das einzige Coaching, ich habe dann da mal, okay, keine Ahnung, ich habe ein Problem mit dem, dann kaufe ich mir dann Coaching, bla, dann habe ich ein Problem mit dem, bla, bla, bla. So. Und das funktioniert alles immer bis zu dem Moment, wo du an so eine gläserne Decke kommst, wo du nicht durchkommst, weil du dein eigenes Hirn nicht einschaltest, weil du immer nur nachahmst. Ja, weil du gehst dir an einen Prozess, den vor dir schon mal jemand gegangen ist, den gehst du, aber du setzt nicht deinen persönlichen Stempel drauf, deswegen kannst du nicht exorbitant gut in der Sache werden. Vor allem kannst du deswegen wahrscheinlich nicht weiterwachsen, als dieses Coaching dir vorgibt. Also wenn das erste Coaching, das du hattest, zum Beispiel zum Ziel hatte, 100.000 Euro Monatsumsatz, ja, perfekt, Ziel erreicht. Da wirst du nicht nennenswert drüber kommen. Aber du wirst dann halt nicht mehr weiterkommen, ja, macht Sinn. Und der krasseste Hebel war bei mir, das war dann vor zwei Jahren oder so, ungefähr, wo ich beschlossen habe, naja, okay, dann schalte ich halt jetzt mal mein Hirn ein und überleg mir mal, was ich so machen kann. Dann hat es ein bisschen gedauert und dann haben wir in der Spitze in unserer Firmengruppe 450.000 Euro Monatsumsatz gemacht. Aber, du musst dir vorstellen, ich habe keinen einzigen Sale davon gemacht. Also, weil ich ein System gebaut habe für andere, die bei mir als Closer arbeiten können. Und wir haben fast eine halbe Million Euro in einem Monat gemacht. So, das war dieses Jahr. Und das war übel krass, weil ich dann gemerkt habe, okay, die ganzen Skills, die ich gelernt habe in dem Coaching, die mich bis 100.000 Euro im Monatsumsatz gebracht haben, die waren voll geil, die waren mega wichtig. Aber ich wäre nie, wenn ich nicht mein eigenes Hirn benutzt hätte und ich weiß, wie absurd sich das anhört, aber wenn ich nicht meine eigene Kreativität in den Prozess mit reingepackt hätte, mein eigenes, hey, ich glaube, so kann es gehen. Wenn ich das alles nicht reingepackt hätte, sondern mich nur von Coaching zu Coaching zu Coaching gehangelt hätte, dann hätte ich erstens mal wahrscheinlich ungefähr nochmal 300.000 Euro zusätzlich investiert, das hätte sich schon irgendwie gelohnt, aber es wäre kein Hebel da gewesen, weil ich meine Birne nicht eingeschalten hätte. Das heißt, der Takeaway ist also, solltest du ein Coaching kaufen? Ja, 100%, logisch, aber für den technischen und den Mindset-Aspekt im Sinne von, wie muss ich denken, um dieses Ergebnis zu erreichen? Okay, cool. Welche Sachen muss ich machen, um dieses Ergebnis zu erreichen? Also faktisch, okay, cool. Aber wie würde das Ganze aussehen, wenn ich, nachdem ich das Ziel erreicht habe, es auf meine Art mache, nachdem ich es kapiert habe? Nicht während dem Coaching jetzt irgendwann, ja, okay, ich probiere es jetzt auf meine eigene Art, bla, bla, dann brauchst du ja kein Coaching kaufen, sondern geh den Weg so, wie er vorgegeben ist, versuch zu verstehen, warum die Dinge funktionieren, wie du sie machst und sobald du den Weg zu Ende gegangen bist, pack deine persönliche Note drauf und dann geht die Umsetzung aber erst richtig los. Finde ich mega, mega gut, dass du das immer ansprichst. Und wie gesagt, ein Coaching an sich ist nicht die Rettung, weil es gibt auch Leute, nehmen wir so ein Abnehmcoaching, sagen wir mal, es geht drei Monate, das Ziel ist 15 Kilo abzunehmen, schaffst du in den 15 Monaten, aber wenn du nicht kapierst, dass du nicht einfach nur nach einem Ernährungsplan gegessen hast, sondern nach einem Ernährungskonzept im Sinne von, das sind gute Lebensmittel, das sind Lebensmittel, die für mich persönlich nicht so gut sind, weil dann rutsche ich wieder in Jojo-Effekt rein, das ist das Maß an Bewegung, das ich jeden Tag in meinen Tag integrieren soll. Wenn du diese Zusammenhänge nicht verstehst, sondern einfach nur stumpf, so ein Mealprep ist die ganze Zeit. Dann kommt eine Sache, die schmeißt dich aus dem Rhythmus raus. Oder du hast keinen Bock mehr auf das Mealprep. Und dann stehst du wieder da. Und dann stehst du wieder da, wenn du nicht grundsätzlich verstehst, warum du diese 15 Kilo abgenommen hast. So, weil ich hatte früher zum Beispiel auch mit Abnehmen ein übeles Problem. Ich habe immer so 20 Kilo zugenommen, 20 Kilo abgenommen, rauf, runter, rauf, runter. Immer zwischen 80 und 100 Kilo gependelt. So, und jetzt bin ich seit, keine Ahnung, seit zwei Jahren pendle ich so zwischen 85 und 90 Kilo. So, das geht nicht viel rauf, geht nicht viel runter. Warum? Weil ich, ich habe mir ein Nährungscoaching gebucht und ich habe kapiert, dass, weil ich habe entweder immer viel zu viel gegessen oder viel zu wenig. Ja, oder dann auch, zu wenig, aber die falschen Dinge, dann ist es in der Summe wieder zu viel oder? Genau. Weil ich dachte, wenn ich abnehmen will, darf ich nur Salat essen und keine Kohlenhydrate. Ja. Es stimmt schon bedingt, aber das ist halt nicht die ganze Wahrheit. Und da kamen so viele Sachen zusammen und ab dem Moment, wo ich kapiert habe, wie so Ernährung generell jetzt für mich funktioniert, muss ich keine Kalorien mehr tracken, ich kann Abendessen gehen, ich kann alles, ich kann auf einer Hochzeit mich komplett überfressen mal einen Tag und ich kriege das ganz entspannt wieder gelöst. Also, Kurzfassung, Coaching an sich ist wertlos, wenn du nicht anfängst, dein eigenes Hirn zu benutzen ab einem gewissen Moment. Du hast vorhin kurz gesagt, dass sich das absurd anhört. Finde ich überhaupt nicht. Wir haben in einer anderen Folge da schon mal relativ ausführlich drüber gesprochen, über die 80 und 20 Prozent, das Coaching und der Weg, der einem vorgegeben wird, meistens 80 Prozent der Wahrheit sind und die letzten 20 Prozent muss man sich individuell seinen eigenen Weg und seinen eigenen Stil suchen und genau in die gleiche Kerbe schlägt das ja wieder. Insofern könnt ihr euch auch diese Folge mal anhören, wenn euch das interessiert. Ich glaube, das war vor vier, fünf Episoden. Müsste ich jetzt genau nachschauen. Ja, aber worauf ich sehr, sehr stolz bin, weil das sind jetzt Sachen, von denen ich dachte, dass die wichtiger sind. Es gibt aber auch auf der anderen Seite meiner Meinung nach zehnmal mehr Sachen, von denen ich von Anfang an wusste, das ist wichtig, dass ich das mache, damit ich schnell erfolgreich werde. Ich wusste zum Beispiel, ich muss mit einem Skript arbeiten. Ich war keiner von diesen Freestyle-Gurus, die sagen, oh, du musst intuitiv verkaufen lernen, bla, was für ein Bullshit. Nein, du brauchst ein Skript, weil ansonsten capst du bei 10.000 Euro im Monat und kannst nie im Leben 100, 200, 300.000 Euro im Monat machen. Geht gar nicht. So, das habe ich richtig gemacht. Ich wusste, ich brauche irgendwann ein Team. Ich brauche irgendwann jemanden, mit dem ich das mache. Ich kann es nicht immer alleine machen, weil dann limitiere ich mich wieder nur auf meine eigene Arbeitskraft, was voll dumm wäre. So, und ich kann es noch unendlich weitermachen. Also, ich habe so sau viele Sachen richtig gemacht. Sage ich jetzt nicht, um mich selber zu beweihräuchern, sondern das sage ich deswegen, weil es dir wahrscheinlich auch so geht, dass du gerade in einer Situation bist, wo du halt noch nicht da bist, wo du hin willst. Und dann hat man immer so einen negativen Self-Talk, dass man sich denkt, oh mein Gott, scheiße, ich werde das nie hinkriegen, ich mache das und das falsch und bla, bla, bla. Ganz ehrlich, du wirst wahrscheinlich statistisch gesehen 50-50 genauso viel richtig machen, wie du falsch machst. Und das gehört dazu und das ist völlig normal. Wichtig ist einfach, nicht aufzuhören. Guter Punkt. Das ist das, was ich nochmal klarstellen wollte. Dass ich viel richtig gemacht habe, ja, das sieht man nicht nur an meiner Frau, sondern auch an allen anderen Dingen, die bei uns so abgehen. Weil abschließen und dann seid ihr erlöst. Ich denke mir immer so, ich poste aktuell relativ wenig private Sachen auf Social Media, weil ich festgestellt habe, durch die Leute glauben mir das nicht. und ich habe keinen Bock, den Leuten so negatives FOMO zu geben oder so negativ. Zu Kategorien, guck mal, was ich alles versuche. Ja, also wir machen unsere Werbeanzeigen, ich beantworte Q&A-mäßig alle eure Fragen voll gerne, aber ich zeige nichts mehr, wenn ich mir eine neue Uhr kaufe oder wenn ich wieder im Jet irgendwo hinfliege, bla, ich zeige das nicht mehr. Weil das Ding ist, die Leute können sich nicht vorstellen, dass ich keiner von diesen Instagram-Influencern bin, die sich auf Pump oder irgendwie für ein Hotel, wo sie dann ein Selfie davor machen, danach kostenlos drin. Ich bezahle das ja alles. Also ich kann mir die Sachen wirklich leisten und ich spare locker 80 Prozent. Das reicht gar nicht. Ich würde mal sagen, ich spare fast dreimal mehr, als ich im Monat ausgebe. So, dass ich glaube, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja. Also, oder investiere, je nachdem. Das kann man erzählen, wie man will. Ich habe es noch nie gegengerechnet, aber ja. Also ich bin für das, was wir an Einkommen haben, so dermaßen sparsam eigentlich. Das kann sich aber, ich verstehe aber, wenn jemand jetzt zwei oder dreitausend Euro im Monat verdient, dass der sich das nicht vorstellen kann. Sondern der hält mich dann für einen Blender. Und ich weiß halt, ich bin kein Blender, weil ich könnte noch viel, viel mehr zeigen, was ich aber nicht mache. Weil dann checkt es wieder keiner. Wobei wir Real Talk jetzt nicht mehr in den Chat geflogen sind, ne? Ja, aber ich denke mir nur so, ich könnte es locker machen und der Witz ist, ich könnte es ja sogar von der Steuer absetzen, wenn ich da ein Video drin mache und und und. Aber ich denke mir auch so, wozu? Es glaubt mir eh keiner, der mich nicht besser kennt, weil meine Kunden wissen, was abgeht. Weil die sehen ja, wenn ich im Live-Call irgendwo anders bin oder was auch immer. Aber ich will das nicht mehr so an die große Glocke hängen, weil ich glaube, dass der Mehrwert für die Leute dadurch extrem niedrig ist. Kann natürlich auch sein, dass es mein Marketing langweiliger macht, ist mir aber offen gestanden scheißegal, weil ich festgestellt habe, der wahre Hebel liegt drin, gute Kundenergebnisse zu posten und das machen wir zweimal die Woche. Und ja, also in der Kurzfassung geht euren eigenen Weg, sucht euch die Vehikel, die euch schneller machen. Auch da muss ich dich nochmal kurz unterbrechen, Kundenergebnisse posten wir nicht mehr zweimal die Woche, sondern dreimal die Woche. Weißt du warum? Weil wir so viele haben. Weil wir zu viele haben und die Kunden gemeckert haben, dass es zu lange dauert, bis ihre Videos online gehen. Okay. Ja gut. Dann posten wir dreimal die Woche ein YouTube-Video von Kunden. Und ja, also nur mal so viel dazu. Das denke ich ist mehr wert, als euch zu zeigen, wenn ich mir irgendwie eine neue Uhr gekauft habe. Yes. Das war am Anfang witzig. Ich fand es ja auch cool, das irgendwie zu zeigen, weil ich durfte das in der alten Firma nicht so. Da war das ja auch für uns noch was Besonderes. Ja. Also da war es einfach cool, auch das zeigen zu dürfen. Das war für mich der Hauptpunkt, weil ich mir immer dachte, was bringt mir eine Rolex, wenn es keiner sieht. Mittlerweile ist das was anderes. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du Closer werden willst, dann ist es wichtig, definitiv ein Coaching zu machen, eine Ausbildung zu machen. Dann wirst du auch sehr, sehr gutes Geld verdienen, wenn du nicht völlig bescheuert bist. Aber um richtig, richtig viel Geld zu verdienen, musst du am Ende deine Birne einschalten. So, weil das eine individuelle Sache ist. Und klar kann man das auch mit mir gemeinsam machen oder mit uns, langfristig. aber es wird irgendwann der Punkt kommen nach ein, zwei, drei Jahren, wo du auf eigenen Beinen stehen solltest und das kannst du dann aber auch. Aber dann musst du deine Birne einschalten und dann geht es richtig ab. Okay? Yes. Ich finde es mega, dass du da heute so ein diebes Thema daraus gemacht hast, weil ich das eher so ein bisschen als Gag-Thema gesehen hatte. Finde ich aber super, dass wir da jetzt so einen großen Content nochmal liefern. Ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht, was wir heute gemacht haben. Ich denke schon, wenn du Bock hast, als Hochpreisklausel durchzustarten, dann informiere dich. Ja, das ist tatsächlich eine Stärke, die ich schon immer hatte. Ich war noch nie so ein Tastatur-Hero, sondern ich war halt jemand, ich habe, wenn ich mir dachte, okay, das ist geil, habe ich es ausprobiert. So, dann 4.000 Euro nach Georgien überwiesen, weil ich dachte, ich wäre das mit Trading reich und dann wurde ich gescammt. Aber trotzdem, ich habe es ausprobiert und wusste dann, okay, so geht es auf jeden Fall schon mal nicht. Der zweite Lucky Shot war ein Coaching, das hat mich zum Millionär gemacht und jetzt ist alles super. Gesundheit. Wird unser Hund genießt. Nochmal Gesundheit. So, also, wenn du Hochpreiskloser werden willst, dann informiere dich, probiere es aus. Ja, du musst ja nicht mal Kunde werden, aber mach den Beratungstermin bei uns, guck dir unseren Workshop an, informiere dich. Ja, du kannst ausschließlich gewinnen. Hochpreis-Kloser.de wird hier irgendwo eingeblendet. Bis zum nächsten Podcast. Letzte Worte hat meine wunderbare Frau. Ich freue mich wahnsinnig nächste Woche wieder auf euch und euch im Beratungstermin zu begrüßen und dann schau dir einfach mal, ob die ganze Sache was für euch ist. Bis dahin, macht euch eine schöne Woche, verdient ein bisschen Geld. Wir hören uns in sieben Tagen wieder. Peace aus Hamburg. Tschüssi.